Musik Hallöchen Freunde Mein Name ist Blacky Widder und willkommen zu einer Runde Cat Mario Mit einer komischen Sprache, die ich nicht identifizieren kann Ob das jetzt Japanisch ist oder Chinesisch, ich weiß es nicht Und der Ordner war auch irgendwie komisch mit irgendwelchen Zeichen Aber ist ja auch egal Mir wurde das Spiel gerade auf die Schnelle vom Lune empfohlen Hallo Lune Und ähm, ja Es soll wohl ziemlich unfair sein Und genau deswegen spiele ich das jetzt auch Und Pröste Interkey Okay Oh mein Gott Oh mein Gott, die Steuerung Äh Was ist das? Hä? Das darf man nicht aufheben? Achso, das war... What the fuck ist das denn? Boah, ist das schwer Oh man, kann nicht zurückgehen Lune Luna, was hast du mir da angetan? Hehehehe Oh mein Gott Was, wenn das jetzt hier auch passiert? Oh Alter, ist das ein Spiel, ey Was soll das? Ey Du Arsch Du Arsch Holy shit Okay Hier kann einfach nichts Gutes Gut sein Alles, was hier... Gutes ist böse Hahahaha Okay Hahahaha 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 Ernsthaft, wo kam der denn jetzt her? Genau aus dem Grund bin ich da vorhin hochgesprungen Minus 6? Hahahaha Not funny Da ist die böse Wolke Das kann doch nicht vorbei sein Nein, nein Hä? Ich verstehe das nicht Hä? So Nicht mal das schaffe ich mehr, ey Das ist zum kotzen Einfach nur zum kotzen Ah Ducken Ja Okay Und jetzt? Warte mal Nein Nein Die Kamera ist nach rechts gegangen Ich muss dann wieder an den Pfosten dranspringen Nein Hhhhh Ah Ich werde das schaffen Hahahaha Fühlt sich jetzt cool? Fühlt sich jetzt cool? So Ja 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 Los Dieança R Hokay MMMM Eh JA! JAAAAAAA! Wer ist der Beste? Wer ist der b... Okay Aha, ja, ja Du Arsch Was ist denn das für ein Arschloch-Spiel? Ey, die Mucke ist geil! Oh, der tötet mich, ne? Okay! Man kann da nicht mehr springen. Oh! 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 Ist das así äh Nein! Sacken! Nyein! Gau! Huuuhh! So. Warte, wo war der Fehler hier? Nix geht über Schadenfreude. Nein! Was? Ihr Drecksäcke, Alter. Wow. Okay. Okay. Wir können das schaffen, Leute. Genau. Der Pilz ist es. Der Pilz macht alles kaputt. Nö! Nö! So. Komm. Leute, das ist doch echt... Ah, natürlich... Nein. Nein. Da habe ich falsch gedacht. Warum lasse ich meine Tastatur endlich los? Das glaube ich nicht so gut. Was anderes kann ich doch gar nicht machen. Ah, komm! Nein. Nein. Ich finde... Nein, Luna. Ich frage dich jetzt nicht. Ich werde das selber schaffen. Nein! Hm. Es ist nur ein Klick in Skype. Nein! Ich habe das aus eigener Kraft. Okay. Jetzt weiß ich wie. Nein! 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 Das ist doch nicht krank, ey! banin! Ei! okay. Okay Ach ja Okay Das Ding ist runtergefallen und was ist noch passiert? Oh nein. Nein. Ah, Pedokitty. Ah, really? Komm, Pedokitty. Ah! Geile Scheiße! Ist er ein Gegner, kann man auf den Kopf springen? Hätte ich früher wissen müssen. Wie immer. Ah, die Sterne töten einen aber auch, das weiß ich ganz genau. Ja, ja, ja. Ihr kleinen Schweine, ihr. Ah, der hat natürlich Zacken auf dem Kopf. Okay. Aha. M9, ja. Ich verstehe. Hä? Yo. Oh. Boah, die Musik ist aber billig vom Fernseher aufgenommen worden. Habe ich damit vielleicht jetzt irgendetwas aktiviert? Ah, da steht jetzt was anderes. Aber warum? Ah! 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 Das Spiel ist voller Überraschung! Ah! Ah! Pulsier das? Oh, echt? Überraschungig. Du weisst, du bist speziell? Ja! Ist das eine gute Idee? Nein, das ist keine gute Idee. ALEHOPPASA! Okay. Keine Falle. Oh, ich hab Angst, Leute. Ah! Hi! Egal, wir starten. Jetzt ist gut. Aha. Was ist das? Oh, yeah! Er springt einfach auch! Spring doch, wenn ich die verdammte Falltaste drücke, du Arsch! Nein. Rüber! Ja, gespeichert. Jawoll! Fang mich, Superman! Ich glaub, das ist der einzige, der lieb ist in dem Spiel. Oder? Könnte das sein? Fang mich! Oder töte mich! Du Arschloch! Laser! Motherfucking Laser! Was ist das überhaupt? Irgendein weißes Gemetzel mit einem Schildkrötenpanzer auf dem Kopf. So. Vollspeed. Nö. Er meint einfach nö. Einfach nö. Warum sprich ich denn nochmal? Warum sprich ich denn nochmal? Äh, was? Ich hab'n Plan. Okay? Ich hab'n Plan. Okay? Da war's fast! Da war's fast! Da war's fast! Da war's fast! Ich musste wieder nach rechts laufen. Fast geschafft! Was war das denn, ey? Ohohohoho! Ich kann's schaffen! Allehoppala! Hm. Meine Träume wurden zerstört. Oh mein Gott! Das ist meine Chance. Ja! Das war gerade komplett Zufall. Ich habe nichts geplant. Aber ich habe dran gedacht. Nein. 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 Was ist denn das für kranke Shit? Oh mein Gott. Au. Alter, das ist doch voll krank. Hoppala. Hopp. Hopp. Ich verstehe. Das kann man nicht Jump and Run nennen. Denn bei Jump and Run kann man die ganze Zeit jumpen und ranen. Wisst ihr? Ah! Okay! Ja. Jetzt habe ich dich, mein Freund. Jetzt habe ich dich. Warte, 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 warte. Warte, warte. Jetzt weiß ich, wie ich dich kriege. Jetzt weiß ich, wie ich dich kriege. Okay. Oh nein. Ich habe zu lange gewartet. Ich habe zu lange gewartet. Ich habe zu lange gewartet. Nein, warum wartest du denn so lange? Bist du endlich doof? Alter, Blacky, was ist los mit dir? What is wrong with you? Allihopassa! Siehste? Okay, das kann ich jetzt schaffen. For real? Ich habe langsam so das Gefühl, dass das Spiel re-triggert. Ja. Okay. Okay. Ja! Macht nix. Das war, glaube ich, nicht so schlau. Aber ich weiß jetzt, wie ich da hochkomme. Nee, 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 nee. Ich wollte in die Lava springen. Nicht mal das gönnst du mir, du Kackspiel. Okay. Äh, not fair! Ich kotze gleich in mein Mikro. Oh, tut mir leid, dass ich so ein Spasti bin. Oh, tut mir leid, oh, ha, ha, ha! You sneaky fuckin' bitch! Oh, ho, 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 ho! Guck mal, ich habe Augen! Warum? Was mache ich falsch? Und wenn da vorne keine Fahne ist, dann nehme ich mir das Leben. Oh Gott. Das war absolut der Mega-Fehler. Ich weiß es. Das ist der End-Boss! Den kill ich! Freunde, wir spielen das durch! Jokoni, nandete, Ottoro, ist das okay? Ich bin verletzt! Nein, zu weit! Da! Und das kann ich mir nicht merken, das sieht alles gleich aus! Verkackt! Verkackt! Zu langsam! Mal zu vorsichtig, mal zu unvorsichtig. Ich will diese kleine Katze killen! Nein! Und jetzt? Stirb! Stirb! Oh ne! Stirb! Irgendwie! Ich muss vor der Katze ans Schwerg! Wie soll ich das schaffen? Wirf! Nein! Ich Idiot! Ich Idiot! Sie ist gestorben! Wirf! Ja! 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 Wie auch soll ich das machen! Ich bin ein schönesachauch! Ei, ich bin ein... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020